Willkommen zurück hier zu dem besten Plattformer, den ich derzeit spiele, Outland. Und, das war knapp, ne eigentlich nicht. Wo bin ich denn? Ich bin hier unten, da rechts komme ich her, da rechts oben konnte ich leider nicht hin und da direkt über mir komme ich gerade auch nicht hin, weil ich dafür rot sein müsste. Aber ich kann hier unten weiter. Niemals werdet ihr mich kriegen, niemals lasse ich mich treffen von euch, denn ich bin hier der, keine Ahnung, der Spieler. Die fliegen ja um die Ecke, wie gemein ist das denn? Komm ich da durch? Wow, aber gerade so, ein bisschen zu spät reagiert, ein bisschen zu spät. Wie kriege ich denn, was? Was? Achso, jetzt kommst du hoch. Hey, runter, hoch, Blitzin hoch. Wo muss ich hin? Ich muss links rum, also gehe ich hier hoch. Vergiss es. Niemals werde ich mich kriegen. Da kann ich leider auch nicht hoch, ne? Das sieht so aus, als wäre da irgendwas. Zumindest geht es da relativ weit hoch. Würde mich nicht wundern, wenn da so ein Schädel wäre oder so. Batsch, batsch. Und hier. Hä? Ah, okay. Bei denen sollte ich nicht auf dem Boden sliden. Die muss ich wirklich treffen, indem ich sie quasi mit der Schwertspitze töte. So quasi. Das sind natürlich die falsche Gegner dafür, aber... Aber wisst ihr, was ich meine. Kann ich hier... Bleibst du da, du Münze? Du darfst nicht verschwinden. Ich brauche dich, um mir Leben zu kaufen. Wah! Wo muss ich hin? Keine Ahnung, aber da rechts kriege ich mehr Leben. Und ich muss... Ja, doch. Ich muss da nach rechts. Also gehe ich mal hier rüber. Das behalte ich mal. Wer weiß, was da unten noch passiert. Hint fort mit euch, ihr bösen Gegner. Boah, das war jetzt irgendwie nicht so toll hier unten. Hat sich nicht so gelohnt. Aber immerhin... Kann ich mir auch dieses Geld hier holen. Ich weiß noch nicht, was so ein weiteres Herz kostet. Ich hoffe mal 50.000 oder weniger. Wah! Ah! Ganz kurz zu früh. Äh, oh mein Gott. So, weg. Weg! Schnell hier durch. Ähm. Komm ich da bitte durch? Sieht so aus. Ja, ich komme da durch. Okay. 20.000. Boah, das ist ja voll billig. Und jetzt habe ich 5 Herzen. Sehr schön. 20.000 gerade mal. Kann es sein, dass ich vielleicht zu viel Geld sammle? Und gar nicht so viel bräuchte? Oder werde ich das später noch brauchen? Wenn ich weitergehe und mir weitere Herzen kaufen will. Bin mir nicht sicher. Ich denke mal ja. Ah, ich verstehe. Auf den Bodenrutschen macht nach wie vor nur quasi einen Punkt Schaden. Aber mein Schwert macht mittlerweile wohl drei Punkte Schaden, so wie es aussieht. Das ist zumindest meine Erklärung, warum ich für die gelben mittlerweile nur noch einen Treffer brauche. Es sagt, ich rutsche sie auf den Boden an. Müssten wir ausprobieren, wie oft ich sie auf den Boden anrutschen muss. Bis sie tot umfallen. Was war das denn? So, ich will hier rüber. Nein! Warte! Gibt es hier drüben irgendwas? Ah, guck mal. Ein Blindjump, der sich lohnt. Und hier ist eine Münze runtergefallen. Wo ist sie hin? Männö! Wo ist sie hin? Hm, die ist wohl weg. Schnell durch! Hey! Na, okay. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Keine Zeit verloren. Zumindest nicht viel. Kann ich das da? Nö, kann ich nicht. Ja! Ah, bleibst du da? Das war knapp. Hier kann ich nicht. Da kann ich nicht. Kann ich da oben durch? Das sieht so aus. Schade. So, da geboren. Und jetzt würde ich gerne da hoch. Wunderbar! Und ein neuer Gegnertyp. Okay. Scheint mir ja nicht so gefährlich zu sein. Teleportieren kann ich mich leider immer noch nicht. Komme ich da irgendwie hoch? Oder ist das eine... Ne, das ist so eine rote Linie. Da komme ich, glaube ich, nicht rüber, oder? Kommt die runter? Ne. Kommt nicht runter. Dafür kann ich... Ah! Wie fies! Das fährt hier runter und nicht hoch. Kann ich irgendwie da hoch? Vielleicht so? Ne. Ich will da aber hoch. Oh mein Gott! Nein! Puh! Das war knapp. Wie zum Henker komme ich da hoch? Was? Wie zum Henker komme ich da hoch? Okay. Ich habe eine Idee. Aber ich würde gerne vorher speichern, wenn es irgendwie geht. Also so ein Tele... Ah, Moment. Ich kann ja hier hochfahren. Komme ich da rüber? Ne. Da komme ich nicht rüber. Schade. Geht's da weiter? Da muss ich hin. Dann schaue ich mich erstmal unten um. So. Wie gesagt, ich wollte es mal ausprobieren. Eins. Zwei. Drei. Drei Mal. Genauso oft wie mit dem Schwert. Ne. Blödsinn. Mit dem Schwert brauche ich nur einmal. Ne. Mit dem Schwert brauche ich auch drei. Warum reicht dann das Rutschen nicht für einen neutralen Gegner aus? Das verstehe ich nicht. Oder kriege ich vielleicht einen Schadensbonus mit dem Schwert gegen die neutralen oder so. Keine Ahnung. Hm. Verstehe ich nicht ganz. Egal. Soll mir recht sein. Ist ja egal. Funktioniert. Ich kann sie umbringen. Ich kann sie töten. Beziehungsweise beseitigen. Und das ist ja eigentlich auch alles, was zählt. Nicht wahr? So. Komme ich da hoch? Leider nein. Aber hier hinten komme ich da hoch, oder? Hey. Ich sagte, ich will da hoch. Nein. Gibt es hier denn irgendwas? Verdammt. Wie komme ich da hoch? Warte mal. Das will ich jetzt aber wissen. Gibt es da irgendwas? Nö. Okay. Da gibt es nichts in der Ecke. So. Dann werde ich jetzt hier nochmal einen Versuch starten, da hochzukommen. Und zwar folgendermaßen. Ach. Guck mal. Das fährt hoch und nicht runter. Dafür fährt das hier runter. Aber ich kann mich hier hocharbeiten. Ep, 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 ep. Ey. Ey. Hier nicht abspringen, sondern einfach hochziehen. Und dann. 8 von 42. Aber abkürzen kann ich hier leider auch nicht nach oben. Schade, 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 schade. Gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Teile machen, diese Köpfe. Aber ich hoffe mal, sie bringen mir irgendwas irgendwann. Und wenn es nur die Genugtuung ist, dass ich das geschafft habe. Guardian Key. Ich habe einen Wächterschlüssel. Die Tür zu meiner nächsten Herausforderung ist nun offen für mich. Okay. Die Frage ist nur, wo ist diese Herausforderung? Das war schlechtes Timing. Ähm, wie komme ich da hoch zu diesem Herzen? Hm. Weiß ich gerade nicht. Geh mal weg. Du machst mich nervös. Das kann mir da unten überhaupt nicht gefährlich werden. Das finde ich. Aber egal. Das muss weg. Und hier ist noch ein Herz. Yay. Ach je. Wie komme ich zu diesem Herzen da hoch? Zu diesem extra Leben. Und wo geht es hier hin eigentlich? Ach, hier geht es wieder raus. Ach, guck mal. Wie praktisch. Ich bin ja quasi einmal außenrum gelaufen. Okay. Ich kam unten rechts rein. Gehe oben rechts raus. Bin wieder in den Dschungel Highlands. Ach, guck mal. Jetzt bin ich hier oben. Da habe ich mich doch letztes Mal noch gefragt. Wo diese gäbe Plattform hinführt. Nun. Sie führt nach oben. Kommst du wieder? Kommst du wieder her? Kommst du wieder her? Sehr gut. So. Ich würde jetzt nämlich gerne hier rüber hüpfen. Und das bringt mir genau gar nichts. Und die Gegner sind wieder da. Yay. Cool. Genau das wollte ich. Genau darauf habe ich mich gefreut. Autsch. Ach, wenn ich getroffen werde von der Explosion, kriege ich auch kein Geld. Das ist ja gemein. Hm. Ach, ist es da oben vielleicht, das Tor? Ah. Ah, so geht es auch. Geh mal weg. So. Ach ja, guck. Wenn ich nicht getroffen werde, kriege ich Geld. Und wenn ich getroffen werde, kriege ich kein Geld von diesen Explosionsviechern. Hm. Wer sagt es denn? Moment, das hat mich schon aktiviert. Ah ja. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier durch. Oder ging es vorher schon? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boss, der Golem. Und den erledige ich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.